Am 22. Juni im Jahresgebiet wurde die Munition 12 Euro für München geliefert. In der Nähe des Busveranrufs an Marburg greifen die Fahrt dazu, nachdem sie sich als vermeintliche Kunde dort nicht liefern. 4.350 Euro für München soll der 18-jährige Amburg-Busitzer bezahlt haben. Weitere Beweise für den Handel sind Check-Protokolle mit dem Verkäufer und Busstil ist nach Marburg, die er nicht da in seiner Wohnung finden kann. Damit ist eine wichtige Frage beantwortet. Doch die Frage nach dem Warum bleibt. So auch warum der Täter nach neun Mord plötzlich aufhörte zu töten und sich stattdessen in ein Wohnhaus flüchtet wird, wo er mehrere Menschen behebt hat. Wir haben die Räume und 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 die Räume. Doch der Schmerz ist hier immer noch zu schlimm. Auch fast vier Wochen nach der Tat, das man nicht versteht. Wir werden aber chainen, da haben wir noch die Räume und die Räume und die Räume und die Räume und die Räume. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.